Hoi zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal Football Therapist, den ich mit diesem Video vorstellen werde. Ich habe entschieden diesen Kanal zu gründen, weil ich Fußballinhalte verteilen möchte und dies in vier verschiedenen Sprachen. Eine von diesen ist Französisch, meine Muttersprache. Da ich auf der Schweiz komme und in der Schweiz wohne, habe ich aber auch Deutsch, Englisch und sogar Spannisch in der Schule gelernt. Deswegen kannst du vielleicht auch deine Fremdsprachenkenntnisse üben, indem du meine Videos anschaust. Meinerseits werde ich versuchen möglichst wenige Fehler zu machen, aber es wird schwierig. Deswegen möchte ich euch schon um Nachsicht bitten. Jetzt müssen wir aber zum Kernpunkt zurückkommen, was ich veröffentlichen werde. Erstens möchte ich versuchen zu erklären, wie so einige Fußballakademien, wie die von Independiente de Bahia in Ecuador oder die von Red Bull Salzburg erfolgreich sind. Zusätzlich zu einigen Taktikanalysen über Spieler, die in diesen Akademien ausgebildet worden sind, werdet ihr auf meinem Kanal auch Taktikanalysen von Mannschaften finden. Zum Beispiel möchte ich unter anderem eine Serie über kollektive, interessante Mannschaften starten, die an der 2022 Weltmeisterschaft teilnehmen werden. Ich denke vor allem an die Schweiz, an Dänemark, an Spanien, vielleicht auch an Brasilien und an Argentinien. Es gibt ja auch andere Länder, die sich noch qualifizieren müssen. Ansonsten möchte ich aus einer taktischen Sicht auch Teams wie Ajax und Bayern analysieren und zusätzlich dazu vielleicht auch spezifische Spielphasen von einigen Mannschaften. In anderen Wörtern möchte ich die Geheimnisse der verschiedenen Erfolge der Fußballwelt entdecken, die nicht nur dank des Geldes entstehen. Durch dieses Ziel werde ich unter anderem die verschiedenen Schritte des Scouting- und Transferprozesses vom Sevilla-Footballklub erläutern, der sicher einer der besten Fußballklubs in diesem Feld ist. Bisher habe ich nur Ideen von Videos erwähnt, die die Ballführern verpflichtet werden. Künftig werde ich aber auch vielleicht andere Arten von Videos herausgeben, beispielsweise Interviews mit Akteuren der Fußballwelt. Dafür habe ich schon ein paar Playlists vorbereitet. Eine von diesen wird eben alle Videos auf Deutsch enthalten. Falls ihr mich durch dieses Abenteuer begleiten möchtet, lade ich euch ein, also meinen Kanal und meinen Twitter zu abonnieren. Da Inhalte in Kürze kommen. Ciao.